Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, in diesem Video ruhig zu bleiben. Das Video hier war sehr, sehr gut aufgebaut, sehr schön gezeigt, was da Sache ist. Deutsche Menschen ändern sich, wie man sieht, anscheinend nicht. Egal, wie sehr man sie kritisiert, egal, was man macht. Das Einzige, was hilft, ist, boykottieren, immer wieder aufzeigen, wenn die dabei sind, irgendein Bullshit zu machen, diese Sachen verbreiten und hoffen, dass es niemanden aus dem eigenen Umfeld trifft, der auf so jemanden reinfällt. Ihr könnt mir aber wie immer eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao!